Hallo und willkommen back zum zweiten Teil vom Maison Versace. Genau, also heute wird uns Magda alles erzählen über die Jahre nach Gianni Versace. Und es waren noch einige schöne Jahre, nachdem wir euch letztes Mal in so einem Loch haben hängen lassen. Also wir haben ja letztes Mal, oder Paulina letztes Mal schon sehr schön über die Beerdigung erzählt. Und auf der Beerdigung selbst und in den Tagen danach oder Monaten danach waren natürlich alle Augen der Presse auf der Familie. Und speziell natürlich Donatella, denn es war eigentlich schon relativ früh allen klar, dass sie als Chefdesignerin in Giannis Fußstapfen treten würde. Aber auch natürlich, die Augen waren auch auf Santo gerichtet und vor allen Dingen auch auf die Nichte Allegra, denn es wurde damals bekannt. Dass von Versace, also von der Company, von der Firma, 20% an Donatella nur gingen, muss man ja sagen. 30% an Santo, der blieb also erstmal der CEO und 50%, 50%, also die Hälfte, an seiner Nichte Allegra. Die war damals noch minderjährig, die war erst elf, als Donny Versace gestorben ist. Ihre Shares der Firma wurden somit von Donatella gemanagt, bis sie volljährig war. Und das hat natürlich so einigen irgendwie ein bisschen, ja, ein bisschen sauer aufgestoßen. Aber ich finde, sie hat es super gemeistert, die Wochen und auch die Monate nach Giannis Tod. Und sie hat auch dann später in einigen Interviews immer wieder gesagt, wie unsicher sie in der Zeit war. Weil natürlich nicht nur ihr Bruder gestorben ist, ihr Großer, also eine große persönliche Bindung ist hier weggefallen. Sondern auch im Grunde genommen ihr Meister. Also sie musste erstmal irgendwie rausfinden, wer sie als Designer eigentlich war. Und hat auch ein sehr gutes Zitat hierzu abgegeben in einem Interview. Als mein Bruder gestorben ist und die Art und Weise, wie er gestorben ist, da musste ich Stärke zeigen. Weißt du, was da halt, glaube ich, auch voll, was man da halt wirklich auch nicht vergessen darf? Es ist ja immer schlimm, wenn du deinen Bruder verlierst. Aber ich glaube, die beiden hatten halt auch so eine Beziehung, das erzählt sie ja auch immer. Und ich kann mir das sehr gut vorstellen, weil ich glaube, mein Bruder ist ziemlich ähnlich. Also sie sagt ja auch immer, sie war praktisch wie seine Puppe. Und er hat sie so ausstaffiert und er hat ihr gesagt, was sie machen soll, wie sie leben soll. Er hat ihr ja schon die Haare blondiert mit elf Jahren, was absolut verrückt ist. Und sie sagt ja auch irgendwann mal so, sie weiß schon gar nicht mehr, was ihre natürliche Haarfarbe ist. Weil sie einfach ihr Leben lang die Haare sich so blondiert hat, weil er das so wollte. Und ja, die beiden hatten ja schon auch eine sehr, sehr, sehr krasse Beziehung. Und ich glaube, wenn so jemand, also wie gesagt, ich kann es mir gut vorstellen, weil mein Bruder ist auch so ein absoluter Diktator. Meine ich sehr liebevoll, ich sage es mit all meiner Liebe. Und das ist, also ich kann, boah, ich will es mir auch gar nicht vorstellen. Aber wenn das dann wegfällt, weißt du, was ich meine? Das ist ja nicht nur so eine normale Bruder-Schwester-Beziehung, sondern wenn dieser Mensch dir dein Leben lang sagt, wer du bist. Und dann ist der weg. Das, also, ja, was machst du denn dann? Also, wie lebst du denn dann? Ja, das ist einfach ein riesengroßer Einzelnen. Und ich glaube auch wirklich, wenn man sich so Interviews von Donatella über die Jahre anschaut, dass sie auch erst mal gar nicht wirklich Zeit hatte, den Tod überhaupt zu verarbeiten und richtig zu trauern. Und das hat sie ja später auch immer wieder in Interviews gesagt, dass sie nach Giannis Tod so einen Druck natürlich auch gespürt hat und dadurch in so eine krasse Sucht auch gefallen ist. Ja, sie war ja sehr drogenabhängig dann. Trauriger geworden. Ja, ja, das hat sie, also fand ich aber gut von ihr, dass sie da auch nicht, also, was heißt, keinen Hehl draus gemacht hat. Sie war natürlich jetzt auch nicht so, dass sie es überall an die Plakate geschrieben hat. Aber Donatella Versace ist schon eine Person, die auch immer sagt, wie es ist. Und das rechne ich ihr sehr hoch an. Also, besonders als eine Person in der Modeindustrie, die ja sehr, also, rein geschichtlich und gerade auch in den 90ern immer wieder auch, also, besonders in der Modeindustrie ist ja natürlich Drogenmissbrauch auch immer wieder ein Thema gewesen. Und natürlich auch gerade in den 90ern. Und es wurde ja auch sehr lang unter den Teppich gekehrt. Aber, und Donatella Versace ist eben eine Person, die da halt auch keinen Hehl draus gemacht hat, die ganz klar, ganz klipp und klar sagt, das war eine schwierige Zeit für mich damals und das war nicht gut, was ich damals gemacht habe. Und Drogenmissbrauch war an der Tagesordnung bei mir damals. Aber die halt das Problem auch klar erkennt und beim Namen nennt vor allen Dingen und da auch durchgearbeitet hat, also, ja. Total, ich meine, guck mal, allein schon, wie gesagt, allein schon deinen Bruder zu verlieren, Horror. Aber dann auch gleich mit dem Business so weitermachen zu müssen und ja auch den Druck, das sagt sie ja auch selber später, sie hat ja gemerkt, dass die anderen Leute dachten, sie schafft es nicht. Und dass die anderen Leute fast schon darauf gewartet haben, dass sie zusammenbricht, dass sie es nicht hinbekommt. Weil ich meine, wir wissen ja alle, die Branche ist hart, die Modebranche ist hart, die Leute sind nicht unbedingt immer nett zu dir. Und das hat sie ja auch gefühlt, dass die Leute wirklich praktisch so auf ihren Abschluss gewartet haben. Und das ist so eine harte Situation. Also, ja. Aber erzähl doch mal, wie sah denn dann so die erste Modenschau nach seinem Tod aus? Weil die war ja schon ziemlich bald nach seinem Tod, oder? Ja, die erste Modenschau nach Jannys Tod war schon drei Monate danach. Und zwar am 10.10.1997. Das war die Spring-Sommer-98-Kollektion damals, die vorgestellt wurde. Und es war die erste, die tatsächlich unter Donatellas Feder gelaufen ist. Janni ist ja sehr kurz nach der letzten Modenschau gestorben. Das heißt, das war komplett alles unter Donatellas Regie und Feder, was da passiert ist. Und diese Modenschau und diese Kollektion vor allen Dingen wurde so ein bisschen mild von der Presse betrachtet. Die Presse war natürlich sehr gnädig. Aufgrund der Tatsache, dass sie einfach vor drei Monaten ihren Bruder und ihren Mentor verloren hat zu Donatella. Aber man hat den Statements in der Presse schon angemerkt, dass sie nicht so begeistert waren von dem, was sie da gesehen haben. Und Donatella selbst war vor der Show natürlich auch super nervös. Und zu Recht ja natürlich. Sehr kurze Zeit ist vorzubereiten. Sehr kurze Zeit überhaupt alles zu verarbeiten, was da passiert ist. Und die Looks wirkten einfach auch nicht wie Versace. Also es hatte so einen ganz komischen Flair, die Show, finde ich. Ganz anders als viele von anderen Shows, die wir vorher gesehen haben. Viele andere Versace-Shows. Sie hatte vorher einige jüngere Designer in ihr Team geholt. Einfach um sie ein bisschen dabei zu unterstützen, die Kollektion zusammenzustellen und ein bisschen Input zu geben. Und um die Marke auch ein bisschen zu verjüngen. Das war ihr großes Ziel mit dieser Kollektion. Sie selbst traute sich nicht so richtig, Giannis Stil anzufassen und aber auch nicht zu verändern. Deshalb ließ sie sich von dem Dschungel an Ideen irgendwie so ein bisschen einschüchtern, denen diese ganzen jungen Designer ihr entgegengebracht haben. Und daraus kam, ja, diese allererste Kollektion ohne Gianni. Also da war nicht wirklich eine klare Linie drin. Da war nicht wirklich eine Versace-Identität drin. Es war weniger farbenfroh, was man ja von dem Haus auch nicht wirklich gewohnt war. Und ja, so wurde natürlich die Kollektion... Also die Modejournalisten waren sehr gnädig mit ihr. Aber man hat den Statements schon angemerkt, dass es einfach nicht das ist, was man vom Haus Versace bis jetzt gewohnt war. Und auch nicht das, was man erwartet hatte. Auch jetzt nach Gianni nicht. Und schon vor der Modenschau gingen die Verkaufszahlen zurück bei Versace. Aber nach der Modenschau war das ganz extrem. Also die Einbußen und die Verluste waren sehr, sehr groß. Natürlich auch, weil man halt auch lange nicht wusste, wo geht es mit der Marke jetzt hin? Wird sie vielleicht verkauft? Und so weiter und so fort. Donatella auf der anderen Seite natürlich. Also einmal die Business-Seite. Ja, dass es einfach nicht gut liefst in der Zeit. Und Donatella selbst war sich auch einfach sehr bewusst, wie die Medien sie dargestellt hatten. Oder wie sie von den Medien dargestellt wurde. Und das nagte an ihrem Selbstbewusstsein. Obwohl sie ja schon eigentlich eine starke Frau ist. Und sie fühlte sich so ein bisschen, als ob sie den Posten als Chefdesignerin auch irgendwie nicht verdient hatte. Weil sie hatte den ja nur inne, weil ihr älterer Bruder einfach zu früh gestorben ist. Und sie halt next in line war sozusagen, kann man ja sagen. Also es war so ein bisschen wie bei einer Thronfolge. Hat man manchmal den Eindruck, wenn man so Artikel von früher liest, dass halt eigentlich klar war, dass sie das übernimmt. Aber dass die meisten Leute damit nicht zufrieden waren. Weil die meisten Leute den Eindruck hatten, sie war halt so das kleine Anhängsel von Gianni, was halt da mitgelaufen ist. Sie war seine Muße, klar. Aber man traute ihr selbst als Designerin eben einfach nicht zu, dass sie dieses Modehaus jetzt irgendwie das Steuer so rumreißen könnte für so ein großes Modehaus. Aber wie wir ja heute wissen, hat das Haus mit Donatella an der Spitze nicht nur überlebt, sondern ist heute beliebter als eh und je, kann man wirklich schon sagen. Das alles haben wir ihr zu verdanken. Wie das halt so ist in italienischen Familienclans, hält man zueinander und war das Vermächtnis. Und so machte Donatella weiter und arbeitete immer weiter dran, das Haus am Laufen zu halten. Und sie selbst sagt allerdings auch immer über diese Zeit, dass es die schwerste Zeit natürlich in ihrem Leben war. Weil sie hätte am liebsten einfach aufgehört teilweise. Aber spielte anscheinend auch öfter mit dem Gedanken, das Haus zu verkaufen. Es stand ja auch sehr lange im Raum, ob es nicht doch verkauft würde. Was jedoch nie ernsthaft für sie in Frage kam, weil sie halt ihren Bruder nicht enttäuschen wollte. Das habe ich ja auch mit dem Zitat am Anfang der Folge schon so ein bisschen angedeutet, dass sie alles, was sie für das Haus gemacht hat, als sie dann das Ruder in der Hand hatte, war für Gianni, weil sie ihren Bruder nicht enttäuschen wollte und das Vermächtnis natürlich auch irgendwie wahren wollte. Ja, nach der, ja, doch sehr durchwachsenen Modenschau von 1998, hatte sie jedoch wirklich keine große Zeit, darüber nachzudenken, dass die Presse wahrscheinlich noch ganz andere Sachen geschrieben hätte, wenn sie nicht die Trauer der Familie respektiert hätten. Und so machte Donatella eben immer weiter. Und das steht ja auch so ein bisschen für dieses Vermächtnis von Versace. Das haben wir in der letzten Folge ja auch gesagt, dass Versace auch immer für so eine Angstfreiheit stand. In der Mode und in dem persönlichen Stil von der Trägerin unter dem Träger. Und das, ja, sieht man hier auch so eigentlich ganz gut an Donatellas Verhalten, dass es so eine Angstfreiheit ist, dass sie wusste, dass die Presse nicht viel von ihr hält als Designerin und sie selbst teilweise auch nicht so viel von sich gehalten hat. Das sagt sie auch immer wieder in Interviews, dass sie so unsicher war zu der Zeit und es dann teilweise auch geglaubt hat, was die Presse da über sie geschrieben hat. Aber sie hatte halt keine andere Wahl, als weiterzumachen, weil Verkaufen kam halt, wie gesagt, nicht wirklich in Frage für sie. Dann gehen wir ein bisschen weiter ans Jahr 2000. Da sind nämlich zwei große Sachen passiert. Und zwar einmal wurde der Palazzo Versace in Australien eröffnet. Das ist ein Luxushotel. Das wir natürlich alle kennen von Ich bin ein Star, holt mich raus. Genau, ich wollte gerade sagen. Das ist in der Regel die Unterkunft der Stars im Dschungelcamp. Ja, das wurde 2000 eröffnet, pünktlich zur Einführung des Dschungelcamps. Und 2015 folgte dann noch ein weiteres Hotel in Dubai, was für schlappe 450 Milliarden Dollar eröffnet wurde. Also nach einiger Verzögerung. Das Palazzo Versace befindet sich übrigens in der Nähe von Brisbane und wird ab August diesen Jahres von einer anderen Hotelmarke geführt werden. Also ab bis August diesen Jahres können die noch nach Australien fliegen, in den Palazzo Versace. Danach wird es dann natürlich umbenannt werden. Es wird weiterhin ein Hotel bleiben, aber eben nicht mehr unter diesem Namen geführt. Also wer möchte bis August nach Australien fliegen? Ebenfalls 2000 bekamen wir einen der weiteren ikonischen Looks oder ich würde mal sagen der zweitgrößte ikonische Red Carpet Look von Versace. Nämlich das Jungle Dress, was J.Lo bei den Grammys anhatte. Und witzigerweise, das wusste ich auch nicht, bevor ich das recherchiert habe, ist, dass es nicht der erste Auftritt auf einem Red Carpet war von dem Kleid. Und zwar hatte Gary Halliwell, das war ja eine der Spice Girls, Anfang des Jahres das Kleid schon mal getragen auf einem Red Carpet. Dann später von J.Lo. Und bei Gary Halliwell war es aber so ein, uh, naja, cooles Kleid, aber es hat nicht so große Wellen geschlagen. Und deswegen war man natürlich auch nicht auf die Rückmeldung so gefasst oder auf die Resonanz, die dann J.Lo auf das Kleid bekommen hat. Also, falls ihr das jetzt nicht kennt, falls ihr die letzten 30 Jahre unter einem Stein gelebt habt, das Kleid ist ein Seidenschiffonkleid, was bis unter dem Bauchnabel ausgeschnitten ist vorne, die Beine komplett frei, was natürlich schon auch sehr skandalös war für den damaligen Maßstab, weil natürlich es gibt ja diese bekannte Regel für Abendmode, dass man entweder Dekolleté oder Rückenausschnitt oder Bein oder Bauch zeigt, aber alles auf einmal war total verpönt zu der Zeit. Und hier auch wieder dieses angstfreie Designen und angstfreie Mode, dass man dieses Kleid einfach so entworfen hat. Das heißt deswegen Jungle Dress, weil es in wunderschönen grünen Tönen gehalten ist und so ein Bambusprint auf dem Stoff sich befindet. Und spätestens nach diesem Auftritt, das haben wir ja in der letzten Folge schon mal gehabt, als wir über Liz Hurleys Sicherheitsnadelkleid geredet haben, dass Versace relativ früh begriffen hat als Modehaus, dass die Publicity zwischen Celebrities oder die Zusammenarbeit zwischen Celebrities und Modehäusern sehr, sehr wichtig sein kann und sehr, sehr fruchtbar natürlich auch sein kann. Und genau das begriff man nun jetzt noch mal mehr, als J-Lo über diesen roten Teppich irgendwie schwebte in dem Kleid und die Resonanz so groß war. Weil, das muss man sich mal vorstellen, es gab 2000, gab es zwar schon Google und heutzutage, wenn man irgendwas googelt, kommen ja auch immer direkt Bilder. Das war 2000 noch nicht so. Und dadurch, dass J-Lo's Jungle Dress aber eines der meistgegoogelten oder das meistgegoogelte Suchergebnis war in den folgenden Tagen, haben die Entwickler von Google, Google Images erfunden. Also, J-Lo ist der Grund, dass wir heute... Da erzählt Kim Kardashian was über Break the Internet, blablabla. Oh mein Gott. Nee, J-Lo war die Erste, die das Internet gebrochen hat mit ihrem Jungle Dress. Also, Kim K kann einstecken. Aber ja, das und das mal so ganz am Rande. Wir haben ja in Paulines Folge schon gehört, dass Versace eines der ersten Modehäuser war, was wirklich auch Celebrities als Konterfei herangezogen hat oder als Werbeplattform, mehr oder weniger, kann man schon so sagen. Und Versace hat natürlich auch in der Medienlandschaft allgemein und natürlich auch besonders im Film und Fernsehen immer wieder auch Klamotten präsentiert bekommen oder wurden angezogen von den Kostümseilern. Und einer der bekanntesten Momente wahrscheinlich in der ganzen Filmgeschichte von Versace ist von 2004, und zwar vom Sex and the City-Finale. Und ich weiß nicht, wer von euch da draußen diese Serie gesehen hat. Leute, die in unserem Alter plus minus sind. Wahrscheinlich alle. Aber dieses Kleid kennt ihr 100%, auch wenn ihr die Serie nicht gesehen habt. Das ist so ein oft zitierter Moment in der Popkultur und auch in Memes und sowas. Und zwar reden wir von dem grauen Seidenschiffen Tüllkleid oder Robe besser gesagt, das Carrie damals in der letzten Folge anhat, als sie mit ihrem Boo nach Paris reist und er sich nicht um sie kümmert und sie in ihrem 80.000-Dollar, ja, ihr habt richtig gehört, 80.000-Dollar-Kleid, einsam und verlassen im Hotelzimmer auf dem Bett sitzt und so umgeben ist von dem ganzen Tüll. Und dieses Kleid soll praktisch erst mal ihre Einsamkeit darstellen, die sie ja fühlt in Paris. Das hat die Kostüm-Designerin mal gesagt. Und dann geht sie ja raus in dem Kleid, weil sie es einfach zu schade findet, um damit im Hotel zu sitzen, was da, yes, girl, 80.000-Dollar-Kleid, viel zu schade, um damit im Zimmer zu sitzen. Geht raus in Paris und trifft ja dort auf Mr. Big. Und das ist dann eben sozusagen dieser Neustart, den dieses Kleid auch symbolisiert. Es war ja sehr extravagant und, ja, ist einem auch auf jeden Fall im Gedächtnis geblieben. Und somit eben auch diese Szene, also auch gute Werbung für Versace. Und ich habe ja gerade schon gesagt, so ein paar Leute aufgezählt, die immer wieder in Versace auf dem roten Teppich gesichtet wurden, immer wieder für Versace gemodelt haben. Und da aus diesen Kooperationen oder aus diesen Zusammenarbeiten ist mit der Zeit, und das gilt natürlich auch für die Supermodels aus den 90ern, haben wir in Paulines Folge ja auch schon gehört, aus diesen Zusammenarbeiten ist natürlich irgendwann so eine richtige Symbiose entwachsen. Pauline hat ja in ihrer Folge auch schon angesprochen, dass Versace immer wieder Celebrities für die Werbekampagnen engagierte. Das war damals auch noch eine Seltenheit. Darunter waren immer wieder John Bon Jovi, Christina Aguilera, die ja damals sehr groß war im Kommen. Oder schon sehr groß war überhaupt. Und hat so immer wieder diese Symbiose wunderbar für Publicity genutzt. Und apropos Symbiose, da kommen wir mal, was für ein schlechter Übergang. Aber wir gehen tatsächlich zu H&M. Ausnahmsweise machen wir ja selten in unserem Podcast. Wir sind ja nicht so große Fans. Aber 2011 reihte sich Versace in die Designer-Kollektionen von H&M mit ein. Also es waren ja schon einige, angefangen mit Karl Lagerfeld, über Victoria Beckham, alle möglichen Leute hatten damals schon eine Kollektion rausgebracht. Und 2011 eben auch Versace. Und hier kommen wir auch wieder auf Prince zurück. Das hat Paulineer in der letzten Folge auch schon angesprochen. Versace war ja ein Modehaus, was sehr eng mit seinen Promis zusammengearbeitet hat. Denn Gianni Versace hat während seinen Lebzeiten sehr, sehr viele Promi-Freundschaften gepflegt. Und die sind auch nach seinem Tod bestehen geblieben. Und Prince hat hier bei dem Launch der Kollektion performt. Und das fand ich ganz witzig zu sehen, weil der Opener damals für Prince, also der Four-Act, sozusagen die Four-Band, war Nicki Minaj, die damals noch sehr, sehr unbekannt war und noch ganz, ganz anders aussah. Man erkennt sie fast nicht wieder. Aber ja, fand ich einen ganz guten, ganz netten Side-Fact irgendwie, dass Nicki Minaj damals für Prince geopent hat. Wie krass irgendwie. Ich kann Nicki Minaj und Prince existieren bei mir nicht. Und gleichzeitig, das ist krebsam. Das ist so eine komplett andere Welt. Nee, aber da, also man sieht gerade bei, ich meine, klar, sämtliche Modehäuser arbeiten natürlich, dass es heutzutage gang und gäbe, dass sie mit großen Stars zusammenarbeiten und immer wieder solche, ja, solche Symbiosen dadurch entstehen. Aber Versace war eines der ersten Modehäuser, was das gemacht hat und was es auch sehr, sehr gut gemacht hat, dadurch, dass eben so viele Promifreundschaften da waren. Also wer kann schon von sich behaupten, dass Prince bei dem Launch von der H&M-Kollektion für dich gespielt hat. Also unglaublich. Kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen irgendwie. Prince ist ja mit Versace sehr, sehr eng verbandelt. Haben wir in der letzten Folge auch schon festgestellt. Und Donatella Versace, als Prince gestorben war, hat sie für die Spring-Sommer-Kollektion, 2017 für die Menswear-Kollektion, unveröffentlichte Songs von Prince bei der Modenschau laufen lassen. Prince hat immer wieder dem Haus Versace und Donatella ganz besonders unveröffentlichte Songs oder frische Songs zugeschickt und hat immer nach ihrer Meinung gefragt und wollte wissen, was sie von den Songs hält und wie sie die findet. Und ja, 2016 ist er ja gestorben und deswegen hat sie für die Spring-Sommer-2017-Kollektion einige dieser unveröffentlichten Songs genommen von Prince und hat sie bei der Modenschau gespielt. Und sie hat über Prince was sehr, sehr Cooles gesagt, was, glaube ich, viele über Prince sagen würden, denn er war ja so eine krasse Mode-, Musik-, Popkultur-Ikone, dass man eigentlich gar nicht an ihm vorbeikommt. Und sie hat das sehr, sehr schön zusammengefasst. Und zwar hat sie über ihn gesagt, Zitat, Er hat mich nicht nur beeinflusst in meiner Arbeit, er verkörperte das, für was Versace stand. Das kann man, glaube ich, auf so viele Sachen beziehen, wenn es um Prince geht. Aber um Prince geht es heute nicht. Ich wollte es nur kurz anmerken. Weil es einfach, da kommen einfach, ich finde, im Haus Versace kommen so viele unglaubliche ikonischen Momente zusammen, so viele unglaubliche Menschen zusammen, so viele ikonische. Das ist fast schon, es ist so ein bisschen unbegreiflich heutzutage, finde ich, dass die Mode damals ganz anders funktioniert hat. Und durch so ein paar kleine Einfälle von einem Modehaus heute die Modeindustrie so viel anders ist als vorher. Also, dass es so krasse Wellen geschlagen hat, weißt du? Es gibt so viele Sachen, die dann ein Designer mal bei einer Modenschau gemacht hat, die alle ganz cool fanden. Aber das war es dann halt wieder. Und Versace hat es geschafft, um durch so viele Momente in der Mode die Modeindustrie so nachhaltig zu beeinflussen. Und viele davon kann man, wenn man natürlich nicht weiß, wo es herkommt, würde man gar nicht unbedingt auf ein Modehaus zurückführen. Aber das finde ich unheimlich beeindruckend an Versace. Also, ja. Hätte ich nicht gedacht. Also, ich muss wirklich sagen, ganz kurze Side-Note, ich war vorher auch kein großer, kein so großer Versace-Fan. Das ist schon ein cooles Modehaus. Ich finde, also, mir ist es auch oft zu viel mit diesem ganzen Medusa und Gold und bla, bla, bla. Aber, und das muss ich wirklich sagen, im Laufe der Recherche ist mir Versace wirklich so ans Herz gewachsen, dass ich es mittlerweile auch eigentlich echt cool finde. Ich weiß nicht, also, es gibt ja so eine Tribute-Collection von Versace, da komme ich auch gleich nochmal drauf zu sprechen. Und da gibt es ja zum Beispiel so All-Over-Print-Leggings mit so einem Medusa-Kopf und sowas. Ja. Vorher war ich so, hm, nee. Aber mittlerweile denke ich mir so, ja, weil natürlich, klar, das haben wir auch immer wieder gesagt, man identifiziert sich ja auch immer irgendwie mit einer Modemarke. Und, klar, es gibt so große Modehäuser wie zum Beispiel Chanel oder Dior. Die findet man irgendwie immer cool, weil es einfach so, Kult ist das falsche Wort dafür, aber weil es einfach so alteingesessene Modehäuser sind. Aber Versace ist so eine Modemarke. Ich glaube, ich habe mich noch nie so sehr mit einem wirklich großen Modehaus identifiziert wie mit Versace. Und ich komme auch gleich nochmal darauf zurück, warum das genauso ist. Beziehungsweise anhand der letzten Folge und an dieser Folge bisher kann man vielleicht schon so ein bisschen sehen, es gibt mehrere Berührungspunkte, kann man fast sagen, warum man sich mit dem Haus identifizieren kann. Wir kommen nochmal ganz kurz zur Persönlichkeit von Donatella zurück. Die war ja immer so ein bisschen verrufen irgendwie in den Medien. Einfach aufgrund von ihrem Aussehen, was natürlich, wir sind ja auch immer wieder sehr für Body Positivity zu haben, aber auch einfach zu haben für, jeder soll mit seinem Gesicht anstellen, was er für richtig hält. Und wenn natürlich Donatella so unsicher ist und ich meine, man kann ja bei ihr ganz klar sehen, woher dieser Schönheitswahn und dieser Jugendwahn auch kommt. Und ich verstehe nicht, warum man dann hingehen muss und seinen Senf dazugeben muss, schon mal gleich gar nicht, aber gerade als Medien, warum man dann nicht so sensibel sein kann und einfach mal sagen kann, naja, da steckt ja auch was dahinter. Also das finde ich bei Donatella ganz extrem. Total. Also ich meine, es geht uns sowieso alle gar nichts an, egal was dahinter steckt, es geht uns nichts an. Aber eben, ja, weißt du, das ist halt das Ding. Man kann sich ja Sorgen um jemanden machen und kann auch ernsthaft sagen, hey, irgendwie glaube ich, da stimmt was nicht, geht es dir nicht gut. Weißt du, das ist eine Sache. Ja, das wäre ja was anderes, wenn die Medien damals gesagt hätten, so, uh, Donatella, die ist am strugglen, man sieht sie an, der Bruder gerade gestorben, so ein Empire übernommen, bla, bla, bla. Ja. Das wäre die richtige Herangehensweise gewesen. Aber das ist ja so nicht passiert. Also was die Medien damals mit Donatella Versace gemacht haben, die ist so ein Spiel bei den Medien geworden, das fand ich so, ja, traurig anzusehen, jetzt auch gerade wieder bei der Recherche. Und, ja, also man kann ja von Schönheits-OPs halten, was man möchte. Aber ich finde, also Donatella Versace, die war ja letztens gerade in der zweiten Staffel von Next in Fashion als Gastjuror auch dabei und ist ja heute eine gefeierte Persönlichkeit in der Modeindustrie und in der Modeszene. Und das hat man da, finde ich, sehr, sehr schön gesehen und es hat so richtig mein Herz aufgehen lassen, muss ich wirklich sagen. Also die Reaktion der Teilnehmer, sie war, glaube ich, die erste Gastjurorin in dieser Staffel und die Reaktion darauf, als es verkündet wurde, dass sie Gastjurorin ist, war so groß wie keine andere, glaube ich. Also ich glaube, kein anderer Gastjuror in dieser ganzen Staffel hat so eine krasse Reaktion bekommen. wie Donatella Versace. Also eine positive Reaktion vor allen Dingen, weil die Leute halt mittlerweile verstanden haben, dass, weil das hat Donatella, das ist ein sehr großes Vermächtnis, worauf wir eigentlich hier zurückgucken, weil Donatella im laufenden Showbetrieb, kann man ja fast schon sagen, nicht nur den Tod ihres Bruders verarbeiten musste und die Herrschaft dieses Imperiums, was er ihr zurückgelassen hat, irgendwie, ja, damit klarzukommen, sondern auch ihren eigenen Stil zu finden. Und den eigenen Stil zu finden als Designer zu Hause in den vier Wänden ist schon schwierig genug, aber auf den, auf den Laufstegen dieser Welt den eigenen Stil zu finden, das ist, glaube ich, eine Schwierigkeit, die sich keiner vorstellen kann. Und natürlich sieht man immer noch die Essenz von Versace, vom Haus Versace, für was es steht, modetechnisch gesehen in vielen der Kollektionen, aber Donatella Versace hat es wirklich geschafft, ihren eigenen Stil irgendwie so ein bisschen mehr rauszukristallisieren. Die Kollektionen sind nicht mehr so knallbunt wie früher, aber es ist ja auch vollkommen okay, also das haben wir, Versace ist ja nicht das einzige Modehaus, was sich modisch so verändert hat und deswegen verstehe ich schon gleich dreimal nicht, warum Versace immer dafür so kritisiert wird, wenn andere Modehäuser um uns rum genauso Veränderungen durchmachen. Natürlich mit jedem neuen Chefdesigner kommt ein anderer Stil und manchmal ist diese Veränderung gewollt, wie bei Gucci zum Beispiel damals, als sie Alessandro Michele angestellt haben als Chefdesigner und manchmal ist es eben einfach so vorgesehen, wie von Gianni Versace, dass seine Schwester das übernimmt und das hat er natürlich nicht ohne Grund so festgelegt. Also Gianni Versace war ja auch ein kreatives Genie, was der Gewissheit, was er tut und der seiner Schwester vertraut hat und der ihr auch anvertraut hat, sein Vermächtnis in seinem Sinne weiterzuführen. Und ja, aber das finde ich sehr, sehr schön zu sehen und deswegen hat mich diese große positive Reaktion von den Teilnehmern von Next in Fashion so berührt, weil man daran wirklich sehen kann, was für ein Maßstab auch Donatella-Weißsaat mittlerweile geworden ist in der Modeindustrie. Fand ich sehr, sehr schön. So, Rant beendet. Weiter mit der Folge. Und zwar, wir haben ja gerade schon oder ich habe gerade schon angesprochen, dass für die Frühling-Sommer-Kollektion 2018 Versace eine Tribute-Collection mehr oder weniger veranstaltet hat an seinen Gründer Gianni Versace. Und zwar kamen hier zum Beispiel diese All-Over-Prints, die ich gerade schon angesprochen habe, mit Medusa-Köpfen zum Einsatz, aber auch zum Beispiel diese Orton-Kleider, die Pauline in der letzten Folge schon angesprochen hat, also diese Kleider, die im Prinzip wie so Kettenhemden funktionieren, was aussieht wie flüssiges Silber, flüssiges Gold, was den Körper runterfließt. Chipp, chipp, chipp. Das war zum Beispiel die Kollektion, da hat Donatella auch ganz passend dazu gesagt, dass sie wirklich, das war ja dann schon über 20 Jahre, nachdem ihr Bruder gestorben ist und sie hat sich über 20 Jahre nicht getraut oder 20 Jahre lang nicht getraut, sein Werk anzufassen. Nee, 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 das hat sie schon gemacht, sie hat ja nur gesagt, sie hat sich ihre, seine letzte Kollektion nicht angeschaut, weil das zu schmerzhaft war, aber sie hat ja auch, sie hat ja auch schon vorher ganz oft diese Sachen auch wiederverwertet, weiterentwickelt, das hat sie schon gemacht, aber so diese, dieses Ende hat sie sich halt nicht angeguckt, verständlicherweise, weil vor allem, wenn die wirklich Streit hatten, was ja wahrscheinlich stimmt, anscheinend so war, ja. Das tut weh. Ja. Nee, aber das war so eine richtige, von vorne bis hinten so eine sehr, sehr schöne Tribute-Kollektion, in der wirklich jedes Teil einen Sinn hatte, jedes Teil hatte irgendwie einen Bezug zu Gianni, zu seiner Mode und das, also, das ist eine sehr, sehr ergreifende Kollektion, die auch sich anzuschauen, also packen wir euch gerne auch in die Shownotes, den Link gibt's auch auf YouTube anzugucken. Ja, aber das Beste an der Kollektion war ja die Modenschau. Genau, das war natürlich, also, wir haben ja in der letzten Folge gerade Pauline ja schon angesprochen, dass Versace oder Gianni Versace seine vielen, vielen Musen hatte und ja diese ganze Supermodel-Ära der 90er erst richtig losgetreten hat. Also, das gab's vorher in dem Sinne gar nicht und Versace war da so ein bisschen der Ureigentümer dieser Supermodels und, also, Ureigentümer hat sich irgendwie falsch an dem Zusammenhang, aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Also, der Urheber dieser Supermodel-Ära und normalerweise läuft es ja so ab, dass natürlich jedes Model einzeln auf den Laufsteg kommt und den Look vorführt, den sie anhat und das ist auch die meiste Zeit passiert in dieser Kollektion. Nur am Schluss, das war sehr, sehr schön zu sehen, kam Donatella Versace raus, natürlich als Head-Designer dieser Kollektion, flankiert von den ganzen Supermodels der 90er-Ära. Also, Claudia Schiffer war mit dabei, Cindy Crawford war mit dabei, Namen, hallo, ich habe so ein schlechtes Namensgedächtnis, aber, also, alle waren am Start und haben diese Orton-Kleider getragen und das war natürlich A, ein Riesenspektakel, das war natürlich ein superschöner Tribute-Faktor an Gianni, aber es war natürlich auch privat sicherlich wunderschön, auch für Donatella zu sehen, dass die ganzen Musen, die Gianni sich damals so an Land gezogen hat und die ja auch irgendwie groß gemacht hat, dass sie immer noch so hinter der Marke stehen, also, das war wirklich, wirklich schön zu sehen, ja. 2018, wir bleiben mal im gleichen Jahr, wurde das Haus dann tatsächlich verkauft, was, womit ja irgendwie keiner mehr wirklich gerechnet hat, das stand ja damals lange im Raum, ob das Haus nicht verkauft wird, nach Giannis Tod und 2018 hat, glaube ich, keiner mehr damit gerechnet. Es wurde damals für 1,8 Milliarden Dollar an die Michael Kors Group verkauft und es war natürlich dazu noch mal ein paar kurze Zahlen, die habe ich mir hier rausgesucht. Also, im Laufe der Zeit, seit Giannis Tod, war Versace ein Modehaus, was immer wieder für Schlagzeilen gesorgt hat, natürlich auch für viele positive, aber auch eben für einige Einbußen. Also, es wurde immer wieder drüber spekuliert, ob das Haus nicht vielleicht sogar pleite ist und es sah auch wirklich lange Zeit nicht gut aus und über die, da kam natürlich noch die Wirtschaftskrise dazwischen und so weiter und so fort, da ging es natürlich keinem Modehaus so wirklich gut, aber noch ein paar Jahre zuvor wurde das Haus mit ungefähr einer Milliarde Dollar geschätzt und zwar 2014, also wirklich nicht lange vor dem Verkauf, vier Jahre davor, als der amerikanische Investor Blackstone mit 20% Anteile des Unternehmens übernehmen wollte, muss man natürlich erstmal den Unternehmenswert schätzen und damals wurde der eben auf eine Milliarde Euro geschätzt und an dieser Differenz, also diese eine Milliarde Euro 2014 und dann vier Jahre später 2018 beim Verkauf die 1,8 Milliarden Euro, die erzielt wurden durch den Verkauf, spricht schon sehr für das Modehaus natürlich klar, also es ist eine sehr, sehr große Wertsteigerung innerhalb von vier Jahren und ich finde, diese Wertsteigerung hat man auch in der Gesellschaft gesehen, also es war ja sehr lange Zeit, als Donna Teller das Haus übernommen hat, so ein bisschen in Verruf geraten, es war nicht ganz so hoch angesehen, es hatte immer wieder so Momente, wie zum Beispiel den Moment mit Dale auf dem Red Carpet, der das Haus immer wieder so ein bisschen in die Höhe katapultiert hat und ja, aber dann, 2018, war das Haus wieder so stabil und so in der Gesellschaft angekommen und akzeptiert, dass man eben diesen wirklich sehr, sehr hohen Verkaufspreis dann erzielen konnte, was natürlich, ja, das spricht einfach für sich, finde ich sehr, sehr gut. Als das Haus verkauft war, 2018, gab es natürlich auch wieder Spekulationen, ob jetzt ein neuer Chefdesigner da vor die Mütze gesetzt wird oder was mit dem Haus passiert, weil natürlich Michael Kors jetzt nicht unbedingt ein Konkurrent war, aber an sich, also jedes Modehaus ist ja ein einzelner Krieger, also man kann ja jetzt nicht sagen, dass Modehäuser groß zusammenarbeiten, wobei Versace da schon auch ein Vorreiter war und hat tatsächlich relativ oft, es gibt ja zum Beispiel diese eine ganz bekannte Kollaboration mit Fendi auch, was ja zu LWM Asch gehört, also zu dem Konkurrenten, da war Versace schon auch immer so ein Vorreiter und hat da oft mit anderen Modehäusern in der einen oder anderen Art und Weise kooperiert, aber Donatella blieb nach wie vor oder bleibt bis heute die Chefdesignerin des Hauses. Es wird sogar immer wieder gemunkelt, dass ihre Tochter auch mitdesignt, denn ihre Tochter Allegra hat ja damals 50% der Firma geerbt und ist aber heute nicht so in der Öffentlichkeit sichtbar, also sie arbeitet sehr viel hinter den Kulissen, auch für andere Modehäuser, das weiß man, aber sie ist nicht so in der Öffentlichkeit wie zum Beispiel ihre Mutter. Allegra hat aber natürlich auch durch den Tod von ihrem Onkel sehr oder unter dem Tod von ihrem Onkel sehr gelitten und das weiß man zum Beispiel, dass sie eine Essstörung entwickelt hatte und dann sich zwischenzeitlich auch in klinischer Behandlung befunden hat, deswegen, das ist bekannt, aber ja, also das wird immer wieder gemunkelt, dass auch Allegra hier schon in die Fußstapfen von Donatella tritt und immer wieder mithilft zu designen bei einigen Kollektionen. Dann sind wir eigentlich auch schon in der Gegenwart angekommen, was das Haus Versace angeht. Ich habe ja vorhin schon gesagt, während der Recherche ist mir das Haus immer weiter ans Herz gewachsen und ich glaube auch in Zukunft, ich meine, ich bin jetzt niemand, der in die Wildbahn hinausgeht und sich Designermode kauft, bei weitem nicht, aber ich finde es schön zu sehen, wie einfach das Wissen über die Geschichte von einem Modehaus auch die Sicht auf die Mode des Hauses irgendwie verändern kann, weil vom Stil her ist es jetzt wie gesagt, es ist nicht so leicht verdaulich wie zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Chanel-Kostüm oder so, ja, das ist schon eher irgendwie ein bisschen mehr Mainstream einfach, aber gerade das finde ich das Spannende an Versace, dass es einfach immer noch Mode bietet, das Haus, was die halt einfach nicht jeder tragen würde und auch nicht jeder tragen kann. Und was ich persönlich sehr, sehr gut finde, ist, dass Versace eins der ersten großen Modehäuser war, die auch Plus-Size-Models auf den Laufsteg geschickt haben. Danke dafür. Also, ja, hatten wir letztens auch in der Folge über die Met-Gala, da war ja dieses Jahr das Motto-Kar Lagerfeld, der war ja ein großer Gegner von Plus-Size-Mode und Plus-Size-Leuten generell, also, ja, und das fand ich sehr schön zu sehen, dass es auch hier Versace, dass es einfach große Modehäuser gibt, die am Zahn der Zeit einfach bleiben, weil es ist nun mal die Realität, dass die Durchschnittsfrau nicht Größe 34 hat und die Durchschnittsfrau vielleicht trotzdem aber keine schwarzen Zelte tragen möchte. Endlich was. Es ist einfach ein Modehaus, bei dem man das Gefühl hat, die halten immer die Augen offen und machen nicht nur Mode, die heute gefragt ist, sondern sie machen Mode, die morgen gefragt ist. Weißt du, wie ich meine? Ja, also, ich stehe ja sowieso total auf Versace. Also, ich meine, ich habe ja auch schon in der ersten Folge gesagt, ich verstehe schon auch, warum Leute gesagt haben, es wäre vulgär oder geschmacklos oder so. Ich verstehe es irgendwie. Ja, manche, klar, manche Sachen haben schon diesen, ja, diesen Touch halt, ne? So wie, habe ich ja auch gesagt, bei Dolce & Gabbana habe ich oft das Gefühl oder auch bei vielen Gucci-Sachen hatte ich oft das Gefühl. Das ist halt schon so ein neureicher Stil teilweise. Also, das ist ja jetzt nicht unbedingt meins, aber ich finde es ziemlich cool. Ich finde die Brand ziemlich cool. Ich meine, wir wissen, ich bin eher Jackie Kennedy und nicht Kim Kardashian. Aber ich stehe auf Versace, ich stehe auf Johnny Versace, ich liebe Donatella Versace und ich finde, sie macht das ganz, ganz, ganz toll. Und ja, ich finde, die gehen halt wirklich mit der Zeit und auch, also, es ist halt immer wichtig, dass man nicht immer nur zurückguckt und sagt, oh, schaut, was wir schon alles erreicht haben, schaut mal unsere großen Modemomente, bla, bla, bla. Sondern es ist immer wichtig, auch voranzugehen, an die Zukunft zu denken, vorwärts zu denken. Und das macht Versace natürlich richtig gut. Ja, auf jeden Fall. Also, das perfekte Beispiel hierfür ist das Rewear sozusagen von J-Lo's Jungle-Kleid, von ihrem Dschungeldress. Das haben wir ja vorhin schon ein bisschen besprochen. Das war so ihr großer roter Teppich-Moment. Und in einer Modenschau 2019 haben sie dieses Kleid nochmal überarbeitet. Und an diesem Auftritt sieht man so perfekt, wie Versace arbeitet als Modehaus. Also, dieses, wir gucken zurück auf unsere ikonischen Momente, ja, offensichtlich mit dem Jungle-Dress und gehen aber gleichzeitig voran. Also, wir haben ja vorhin schon mal erwähnt, am Rande, dass damals Google Images mehr oder weniger erfunden wurde für J-Lo's Jungle-Dress. Das kann man schon so sagen, finde ich. Und das ist natürlich ein super süßes Zitat, wenn man dann hingeht und eine Modenschau startet mit den Worten Google, zeig mir J-Lo's Jungle-Dress. Und dann kommt J-Lo auf den Laufsteg gelaufen, 19 Jahre später. Also, so ikonisch war dieser Moment oder ist es ja auch immer noch in dieser abgewandelten Form von diesem Jungle-Dress. Und das ist, ich finde, an dieser Modenschau oder an dieser Eröffnung dieser Modenschau sieht man so schön, wie Versace es ja auch immer wieder schafft. Also, das ist jetzt nur eins von vielen Beispielen und wie ich finde, auch eines der besten Beispiele. Aber so arbeitet Versace. Sie gehen halt nicht hin und sagen, ey, wir sind ein großes Modehaus und schaut mal, was wir schon geschafft haben. Das machen sie schon auch. Sie erinnern einen immer wieder sehr, sehr gut und auch zu Recht an die ikonischen Momente, die sie hatten als Modehaus. Aber sie gehen immer mit der Zeit. Also, dieser Auftritt wurde so auf Social Media gehypt, weil natürlich Versace auch dahinter gesteckt hat. Die haben es auf ihren Plattformen überall gepostet, diesen Auftritt. Und es ist ab sofort, äh, sofort, als sie es hochgeladen haben, zu einem Meme geworden. Es wurde heiß diskutiert und so macht man heute Werbung. Auch als großes Modehaus nutzt man Instagram, Twitter, nutzt man Facebook, keine Ahnung, war es auf Facebook ein Hit? I don't know. Aber, ja, also, an diesem Beispiel sieht man das sehr, sehr schön. Ein anderes Beispiel, woran man die Loyalität der Versace-Träger erkennt, ähm, möchte ich hier nochmal kurz erwähnen, ist zum Beispiel auch Lady Gaga. Lady Gaga ist ja eine bekennende Versace-Trägerin. Sie trägt super oft und super gerne Versace und sieht auch immer super darin aus. Und sie hat ja vor nicht allzu langer Zeit, ich glaube, der Film kam 2020 raus, Fragezeichen, in House of Gucci mitgespielt. Wir haben ja auch schon eine Folge über das House of Gucci gemacht. Ach, die könnt ihr euch übrigens auch gerne anhören oder mehrere Folgen, ich glaube, fünf oder so. Also, ein paar sind es geworden. Und ja, auch andere Leute interessieren sich für diese Story und so, wurde eben dieser Film gemacht. Und war auf Presstour mit diesem Film und, ja, lo and behold, die Gucci-Premiere oder House of Gucci-Premiere in Italien. Lady Gaga steigt aus ihrem Auto aus und was trägt sie? Eine Neuinterpretation eines 90er-Jahre-Klassikers des Hauses Versace. Also, da haben natürlich alle nicht schlecht geschaut. Es war so ein rotes Corsagen-Kleid mit Schnürungen oberhalb der Oberschenkel und in der vorderen Mitte. Also, super sexy, super hot. Und, ja, ein absoluter Klassiker des Hauses. und wurde hier extra nochmal ein bisschen neu aufgelegt für Lady Gaga. Ja, ich fand es so einen starken Moment, als sie da aus diesem Haus aussteigt und die Reporter erstmal alle so, hä? Also, das war schon sehr, sehr interessant zu sehen, weil natürlich, also, bis dahin hat sie auf dieser Presstour nur Gucci getragen und danach auch, soweit ich weiß, nur noch Gucci, aber dieses, ähm, bei dieser Italien-Premiere Versace. Ja, also, Lady Gaga trägt auch gerne mal Gucci auf roten Teppichen, so ist es nicht, aber sie ist ja, wie gesagt, bekannt dafür, dass sie gerne Versace trägt und auch gerne mit Versace zusammenarbeitet, für ihre Shows zum Beispiel, für ihre Musikvideos hat sie schon ein paar Looks von denen bekommen, fand ich sehr, sehr bezeichnend, einfach für die Loyalität der Leute auch zu diesem Haus. Und eine weitere, und das ist jetzt auch die letzte Fashion-Show, über die wir hier reden werden, glaube ich, in dieser Folge, 2022, auf der Milan Fashion Week, gab es eine Kollektion, die sehr, sehr, sehr besonders war. sowohl für das Haus Versace als auch für das Haus Fendi. Das sind ja beides italienische Modehäuser, prestigereiche italienische Modehäuser und die haben eine oder zwei Kollaborationskollektionen zusammen rausgebracht und zwar unter dem Namen Fendace. Also das konnte man dann auch auf der Versace-Website die eine Kollektion erhalten und auf der Fendi-Website die andere. Und die Art und Weise, wie das eben angegangen wurde, ist, dass Donatella für Fendi eine Kollektion entworfen hat und Kim Jones, der Chefdesigner von Fendi für Versace. Und die beiden haben sich gegenseitig zur Vorbereitung besucht, denn in ihren Archiven haben sich Dinge angeschaut, Dinge auch angehört von dem jeweils anderen über das Haus, über die Geschichte, über die Art und Weise, wie die Shows und die Kollektionen aufgebaut sind. Aber jeder hat hier für sich selbst gezeichnet und entworfen. Und die beiden haben sich auch erst, also haben die Kollektionen des jeweils anderen auch erst wirklich gesehen, als die Kollektionen praktisch schon fertig waren. Also ja, fand ich ganz interessant, weil natürlich da auch so ein großes Urvertrauen da sein muss. Die beiden haben sich auch regulär gesetzte Models des jeweils anderen geliehen, also jahrelange Models, die immer für Versace gelaufen sind, sind für Fendi gelaufen und andersrum. Also wirklich ein kompletter Swap irgendwie, so ein kompletter Tausch wurde da hingelegt. Total cool. So von vorne bis hinten aufgezogen. Ja, das bezeugt einfach auch die jahrelange Freundschaft nicht nur, wie wir vorher bei Lady Gaga gesehen haben und Loyalität von Trägern des Modehauses zum Modehaus selbst, sondern die jahrelange Freundschaft der Designer des Modehauses, also der Donatella oder des Hauses generell mit anderen Modehäusern. Also ja, und auch hier nochmal natürlich ein ganz netter Nick irgendwie in die Vergangenheit, weil Gianni Versace ja von Karl Lagerfeld gelernt hat. Karl Lagerfeld ja war ja so sein Meister mehr oder weniger und hat Lagerfeld natürlich lange Jahre für das Haus Fendi designt. Und somit ist es natürlich auch wieder so ein, ja, so ein Kreis, der sich hier auch irgendwie geschlossen hat. Zwar nicht mehr von Gianni und Lagerfeld als Chefdesigner, aber von den beiden Häusern, denn die haben natürlich auch immer wieder eine enge Freundschaft gehegt. Und noch ein kurzer Nick in die Vergangenheit, basierend auf dieser Fashion Week. Und zwar gab es natürlich wie bei jeder Fashion Week eine Front Row. Und dreimal dürft ihr raten, wer hier in der Front Row gesessen hat, neben natürlich noch vielen anderen bekannten Gesichtern, die wir immer wieder bei Versace gesehen haben. Liz Hurley, das OG Versace Girl mit ihrem Stecknadel, Sicherheitsnadelkleid. Ihr Sohn war dabei und das, ja, fand ich auch sehr, sehr süß zu sehen. Sie hat natürlich, also sie hat leider kein Redo ihres Kleids getragen. Fand ich ein bisschen schade. Ich finde, sie hätte so einen J-Lo-Moment verdient gehabt. Aber ich meine, Liz Hurley sieht auch so natürlich immer super aus, ist ja klar. Aber ja, diesen kleinen Side-Fact wollte ich euch noch nicht vorenthalten, weil ich finde, diese ganzen Dinge, die ich jetzt gerade so nacheinander aufgezählt habe, also Lady Gaga, die immer wieder super treu war dem Haus gegenüber, J-Lo's Jungle Dress, dann diese Fashion Week mit der Fandace-Kollektion, das bezeichnet das Modehaus doch auch sehr, sehr gut, finde ich. Also die Loyalität des Hauses ihren Klienten gegenüber, die Klienten dem Haus gegenüber, das Haus anderen Modehäusern gegenüber und einfach, ja, ich finde, Versace ist so ein richtiges Modehaus, mit dem man sich so gut identifizieren kann, weil man merkt, dass da so viel, so viel Liebe und Herzblut auch von jedem, also von Donatella zum Beispiel persönlich reinfließt. Dass sie halt nicht nur irgendwie ihr Ding macht und, naja, kauf's oder lass's, ist mir doch egal, ich mach das, was ich möchte, das macht sie schon auch, aber sie pflegt auch über die Zeit hinweg und Gianni ja damals, auch als er noch gelebt hat, immer wieder so viele Freundschaften und so viele Bänder, die da zu so vielen Leuten entstanden sind über die Zeit und das sieht man hier halt an diesen Beispielen sehr, sehr schön, finde ich. Ja, also ich bin wirklich also im Laufe der Recherche immer weiter, ähm, hab ich mich immer mehr verliebt in Versace, in das Haus und für was es steht vor allen Dingen, weil klar kann jeder schöne Mode machen, klar kann jeder Mode machen, die irgendwie klassisch ist und in der jeder gut aussieht, aber, und das ist so das Besondere auch an diesem J-Lo-Moment, das hat ja, äh, Gary Halliwell hat ja das Kleid schon mal getragen vor J-Lo und da hat es nicht so ein Furore ausgelöst und bei Versace sieht man das halt sehr schön, dass es bei, bei deren Kreationen kommt es halt immer sehr stark an, wer die Sachen trägt, also auf die Attitude, mit der die Sachen getragen werden. Gary Halliwell hatte einfach nicht so eine Attitude wie J-Lo, als sie da aus dem, aus dem, aus der Limousine gestiegen ist und deswegen hat J-Lo's Red Carpet Moment einfach die größeren Wellen geschlagen. Nicht, weil das Kleid anders war oder schöner war, sondern weil es J-Lo war und das hat Versace sehr, sehr schön begriffen und sehr, sehr gut im Laufe der Zeit für sich genutzt. Ja, ist einfach ein cooles Haus. Also, wer weiß, vielleicht sprechen wir demnächst auch noch mal ein bisschen mehr über Donnatella, könnte ich mir vorstellen, eventuell, und weiß ja nie, was sie zum Buch bringt. Aber ich bin jetzt schon mal froh, dass wir die Folgen gemacht haben, also über Gianni und über auch das Haus danach. Dann würde ich sagen, präsentieren wir noch unseren Favorit-Fakt. Willst du dann anfangen? Ja, und zwar hat ja Pauline schon in der Folge über Gianni oder über, ja, das Leben von Gianni Versace und seinen Impact aufs Modehaus gesagt, dass Gianni auch immer wieder Kostüme designt hat, er hat immer wieder Interior Designs entworfen und Gianni Versace hat zum Beispiel sehr häufig mit dem Ballettchoreografen Maurice Bejar zusammengearbeitet und Maurice Bejar hat zum zehnjährigen Todesjubiläum, also 2007, ein Ballett in Honor sozusagen, also als Tribut an Versace choreografiert und aufgeführt. Maurice Bejar hat jedes Jahr ein Ballett choreografiert, das war ein ganz bekannter Choreograf, vielleicht habt ihr das auch schon mal gesehen, der ganz viel Musik von Mozart, aber auch von Queen zum Beispiel hauptsächlich verwendet hat, hat auch immer wieder Erlöse von seinen Balletts an AIDS-Stiftungen zum Beispiel gespendet. Gianni Versace hat eben sehr, sehr häufig die Kostüme für diese Ballette, Balletts, Ballette, Balletti gemacht, also ja, einfach drei sehr, sehr bekannte und sehr, sehr anziehende Namen, also Mozart, Queen und Versace, die irgendwie da zusammengekommen sind in seinen Balletts und um eben diesen zehnten Todestag zu ehren, hat Maurice Bejar dieses Ballett choreografiert und dann wenige Tage oder wenige Wochen nach der Uraufführung 2007 ist Bejar selber tatsächlich auch gestorben. Weiterer Funfact, also ja. Genau, ein bisschen Theater-Nerd-Wissen hier für euch. Brauchen wir nochmal. Ja, ja. Mein ganzes TikTok ist voll davon. Ich habe tatsächlich meinen Favorite Fact von TikTok dieses Mal. Ja, TikTok kann echt nützlich sein. Ist mir auch so aufgefallen. Also mein Favorite Fact hat eigentlich gar nichts mit Versace zu tun, sondern sein Haus startete ja in, also wurde ja gegründet in Mailand und ich habe einen kleinen Fakt über Mailand und zwar in Mailand steht ja ein Dom. Da fand ja auch die Trauerbeerdigung für Gianni Versace statt und in diesem Dom steht eine Orgel und das ist die größte Orgel Italiens und auch eine der größten Orgeln der Welt. Weltweit, ja. Genau, denn die verfügt über 15.800 Pfeifen. Krass, oder? Das ist eine der größten Orgeln der Welt. Ist das nicht faszinierend? Wusste ich schon. Ich nicht, weil ich kenne mich mit sowas gar nicht aus. Obwohl ich Kirchenmusik liebe, weil ich bin ja eine Klosterschülerin und ich liebe Kirchenmusik. Ich höre richtig viel Kirchenmusik. Also ganz ehrlich, ohne Ironie, aber von sowas habe ich keine Ahnung. Aber fand ich interessant und ich dachte, ich teile es mit euch daraus. Mein Papa ist ja Kirchenorganist und jedes Mal, wenn ich in die Kirche reingehe, früher auf Klassenfahrten immer und wenn man einfach so privat unterwegs ist und sich Kirchen anschaut, musste ich meinem Papa immer versprechen, dass ich ein Bild von der Orgel mache. Und mein Papa hat jedes Jahr, kriegt er von meinen Großeltern einen Orgelkalender zu Weihnachten geschenkt. Und deswegen habe ich die Orgel des Mailänder Doms tatsächlich schon öfter auf Bildern zumindest gesehen. Die sieht sehr, sehr schön und sehr, sehr beeindruckend aus. Also ich war selber noch nicht im Mailänder Dom, aber Mailand steht sowieso auf einer meiner, auf meiner Top-Liste der Reiseziele in nächster Zeit. Also wenn ihr auch mal nach Mailand kommen solltet, schickt uns gerne ein Bild von der Mailand-Orgel, dann freut sich mein Papa. Aber wie süß ist das mit dem Orgelkalender. Das erinnert mich total an meinen Papa. Weil mein Papa ist ja Holländer und immer, wenn wir in Holland waren, haben wir so coole Fahrräder gesehen. Und meine Stiefmutter hat immer gesagt, also sie hat das immer fotografiert und hat gesagt, ich mache irgendwann mal einen Fahrradkalender. Und dann hat sie irgendwann auch angefangen, hier coole Fahrräder zu fotografieren. Und es war dann immer so ein Ding, der Fahrradkalender, der aber nie zustande kam. Das war immer irgendwie so ein Ding bei uns, der Fahrradkalender. Und wie süß, dass dein Papa tatsächlich einen Orgelkalender bekommt. Ja, das kriegt ja seit Jahren, jedes Jahr von meinen Großeltern geschenkt, so einen Orgelkalender. Oh mein Gott, ich liebe es. Ja. Siehst du, wir sind wie die Versace. Wir sind richtige Clan-Familien. Richtig, richtig intensiv. Orgel-Klan. Wir sind der Fahrrad-Clan, und ihr seid der Orgel-Clan. Na, aber ich glaube, das waren noch ganz coole Folgen über dieses coole, coole, coole Haus Versace. Schaut auf jeden Fall auf TikTok und Instagram vorbei, dort werdet ihr noch ganz viel Sachen über Versace finden. Also schaut da gerne vorbei. Und dann würde ich sagen, wir hören uns nächste Woche mit einem ganz anderen Thema. Ja. So wie immer. Genau. Nächste Woche wird es bunt. Ich habe noch keine Ahnung, was nächste Woche kommt, weil das ist eine Überraschungsfolge. Überraschung. Ich freue mich so voll. Aber so viel kann ich schon mal verraten. Es wird sehr, sehr bunt, es wird sehr, sehr laut, es wird sehr, sehr schrill. Also freut mich schon. Also doch Versace? Dritte Folge Versace, nein. Ich meine, bei den Goods haben wir auch vier Folgen gemacht. Wobei auch, das sage ich aber auch noch mal in der nächsten Folge, es gibt auch Versace-Looks zu diesem Thema. Uh, okay. So viel kann ich ja schon mal verraten. Freue mich schon. Ja, dann schaltet auf jeden Fall nächste Woche wieder ein, meine Lieben. Bis dahin. Arrivederci. Ciao, ciao. Tschüss.